Wir haben, wenn man mal vor die Krise schaut, knapp zweieinhalb tausend Kolleginnen und Kollegen bundesweit gehabt, die täglich remote gearbeitet haben über unsere VTI-Infrastruktur, die wir bereitgestellt haben. Und wir haben jetzt gesehen, dass während der Krise über 25.000 bis 30.000 Kolleginnen und Kollegen die Remote-Plattform benutzt haben. Was glaube ich am Anfang sehr deutlich war, das gehört auch dazu, dass die Eingewöhnung nicht für jeden intuitiv war. Wir mussten am Anfang über unseren regionalen IT-Services auch sehr viel beraten, unterstützen, bis jeder sich einmal zu Hause eingerichtet hatte. Ich glaube, das gehört einfach mit dazu. Auf der anderen Seite haben wir wirklich innerhalb von wenigen Tagen gesehen, wie auf einmal zehntausende Kolleginnen und Kollegen dann doch sehr routiniert, nachdem einmal sie installiert waren, mit dieser neuen Technologie umgegangen sind. Was extrem geholfen hat, dass dann auch die Arbeitsweisen sich gut eingeschwungen haben waren, dass wir letztes Jahr eine Skype for Business-Plattform eingeführt haben in der Bundesagentur, dass das ganze Thema der Conferencing-Lösung, Video-Audio-Kommunikation, aber auch unterstützt über Sharing-Funktionen, wo man wirklich auch gut zusammen kollaborieren, zusammenarbeiten kann, dass diese Mischung eben aus VAUDI-Infrastruktur und einer guten UCC-Plattform dann schon Erfolgsgarant dafür war, dass in einer Zeit, in der zum Teil auch die öffentlichen Telefonnetze zusammengebrochen sind, wir hier intern richtig gut arbeiten konnten. Ich glaube, nach vorne gerichtet wird die Frage eben auch sagen, was ist das richtige Maß. Wir haben auch gesehen, dass das Thema Homeoffice für alle oder Homeoffice immer gar nicht so sehr bei den Kolleginnen und Kollegen das Thema ist, sondern das richtige Maß, die richtige Mischung wird das sein, über das wir in der Zukunft nachdenken werden. Und das hat auch schon begonnen, dass wir jetzt schon darüber beraten, wie werden wir nach der Corona-Krise ein gutes Maß an Präsenz-vor-Ort-Arbeit und Homeoffice haben, plus wir werden auch in der Kundeninteraktion agieren. Also insofern war es ein harter Start zum Teil am Anfang, aber es hat sich sehr schnell eingeschwungen und ich denke mal, dass auch viele Vorurteile oder Zurückhaltung abgelegt worden sind, aber auch da glaube ich, ist die Diskussion über Maß und Mitte das Richtige und das wird jetzt bei uns die nächsten Wochen und Monate, denke ich, sehr intensiv diskutiert werden. Wir hatten in der Zeit der Corona-Krise erstmal, wenn man ganz ehrlich ist, gar keinen Kopf wirklich dafür, uns da hier zu bewerben, weil wir so gebunden waren auch in den Themen, auch in der Bewältigung der Corona-Krise. Aber dann, ich weiß nicht, irgendwann bei einem unserer täglichen Meetings haben wir abends in dem gesamten Team gesprochen, ob wir da mal unser Gut in den Ring werfen oder nicht. Und wir haben dann wirklich über alle Bereiche hinweg, wir waren Kolleginnen und Kollegen aus der IT, aus der Business-Seite, aus den Fachbereichen, Praktikerinnen und Praktiker, uns einfach noch mal zusammen geredet und kam zum Entschluss, naja, wenn wir jetzt mal kurz mal eine Zwischenbilanz ziehen, mal den Blick zurück nach den ganzen intensiven Monaten, ist das vielleicht auch eine ganz schöne Gelegenheit, mal das, was wir als Team wirklich, also wirklich ressortübergreifend, wirklich mit Einbindung der Kunden gemeinschaftlich hingestellt haben, das einfach mal zusammen zu schreiben. Insofern war es für uns auch eine ganz schöne Reflexion der getanen Arbeit, aber auch ein Ausweis wirklich des Teamgeistes, der wirklich spürbar war. Und deswegen haben wir dann gesagt, komm, wir machen das mal. Und ich glaube, das war letztlich der Beweggrund, dann zu sagen, jetzt unser Gut in den Ring zu werfen und das, was wir hier gemeinschaftlich hingestellt haben, einfach mal auf den Weg zu bringen und ihn zu präsentieren. Die Bundesagentur für Arbeit hat sich mit einem Beitrag beworben, in dem sie zeigt, wie sie auf die Corona-Krise mit einer Express-Digitalisierung reagiert hat. Wir haben beginnend im März, als die Corona-Krise über Deutschland kam, damit begonnen, 10.000 Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zu geben, ins Homeoffice zu gehen und dort remote zu arbeiten. Wir haben dann, als 1.500 Niederlassungen geschlossen wurden, damit reagiert, dass wir die Telefonie- und Online-Kanäle massiv hochgefahren haben. Wir haben darüber hinaus in dieser Zeit, im Wege einer agilen Transition, eine ganze Reihe an neuen digitalen Angeboten bereitgestellt. Und wir haben dann die Möglichkeit geschaffen, unsere Systeme so hoch zu fahren, dass tausende Kolleginnen und Kollegen, die neu ins Kurzarbeitergeld gegangen sind, kurzfristig die Gelegenheit und Möglichkeit hatten, stabil und performant die hunderttausende Anträge auf Kurzarbeitergeld zeitnah zu bearbeiten. Ich denke, zwei Faktoren waren wichtig dafür, dass wir gut bislang durch die Krise gekommen sind. Das eine ist, wir nennen das die Kriseninterventionsfähigkeit und das zweite ist, glaube ich, die Innovationsfähigkeit. Kriseninterventionsfähigkeit war wichtig, dass wir seinerzeit sehr kurzfristig tausende Kolleginnen und Kollegen in das Kurzarbeitergeld umgerutet haben. Von normalerweise 600 auf 13.000. Diese Kolleginnen und Kollegen mussten wirklich quasi über Nacht geschult, fit gemacht werden, verrechtet werden. Und die Systeme mussten so ausgelegt werden, dass diese Kolleginnen und Kollegen wirklich innerhalb weniger Tage arbeitsfähig waren. Und das ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen. Das zweite Innovationsfähigkeit war uns wichtig, dass wir auch in der Lage sind, Denkräume zu schaffen. Wir haben agile Barcamps abgehalten mit Praktikerinnen und Praktikern, um wirklich sehr präzise darauf zu reagieren, was sind die Bedarfe unserer Kunden, unserer Kolleginnen und Kollegen, aber auch intern, um dann sehr zeitnah entsprechende digitale Angebote bereitzustellen. Ich glaube, diese beiden Punkte, Kriseninterventionsfähigkeit auf der einen Seite, aber dann noch Innovationsfähigkeit auf der anderen Seite, waren maßgeblich dafür, dass wir bislang, glaube ich, ganz gut die Krise gemeistert haben, auch wenn mit Sicherheit noch einige Herausforderungen auf uns warten werden. Ich glaube, die agile Transition, die wir schon vor drei Jahren gestartet haben, war für uns ein ganz wichtiger Lernprozess. Und jeder, der auch agile Prinzipien, agile Arbeitsweisen eingeführt hat, weiß, dass man dort auch über Fehler lernt, dass es auch ein langer, ein harter Weg ist. Und ich glaube, wichtig war, dass wir das so früh begonnen haben, in diesen neuen Arbeitsweisen und Methoden zu denken und zu arbeiten, sodass wir beginnend mit der Corona-Krise auch agile Prinzipien, agile Methoden anwenden konnten, wie etwa unsere Barcamps, wie verschiedene Task Forces, die wir gegründet haben, weil wir da sozusagen gut trainiert auch schon in diesen Arbeitsmethoden auch zu schnellen Ergebnissen kommen konnten. Wenn wir jetzt erst begonnen hätten, agil zu arbeiten, wäre uns das nicht möglich gewesen. Insofern haben wir profitiert von den Investitionen der letzten Jahre und viele Ergebnisse aus den Barcamps, wie etwa Chatbots, wie moderne Online-Angebote, E-Services, die wir sehr kurzfristig, zum Teil über drei, vier Wochen bereitgestellt haben, aber auch Kooperationen, wie etwa mit dem Udo, zeigen, dass sozusagen die Investitionen der letzten Jahre jetzt auch in der Krise sich bewährt haben und Früchte getragen haben. Das war ein ganz denkwürdiger Tag, an den ich mich wirklich immer noch lebhaft erinnere. Wir mussten seinerzeit unsere Bandbreiten erweitern, um die Homeoffice-Plattform zu vergrößern. Wir brauchten zusätzliche Server, zusätzliche Lizenzen. Und dieser Tag, der 23. März, war der Tag, an dem Hubertus Heil, unser Arbeitsminister, wirklich einen entscheidenden Beitrag geleistet hat, damit wir auch diese letzten Server-Fabrikationen aus Tschechien, aus dem Werk bei Prag, wirklich auch bekommen konnten. Da gab es einen regen Wettbewerb seinerzeit. Alle wollten ihre Homeoffice-Plattform erweitern. Also das war der 23. März für mich. Aber gleichzeitig war die Frage, wie kommen diese Lieferungen nach Deutschland? Und da die Grenzen seinerzeit zumindest angekündigt geschlossen werden sollten, stand die Bundeswehr bereit. Sie hätte im Zweifelsfall auch mit Helikoptern die Server nach Deutschland gebracht. Das war dann nicht mehr nötig. Insofern auch gut so, dass es dann per Lkw geschehen konnte. Aber es war für uns ganz, ganz wichtig, dass alle zusammenstanden in der Zeit und wir darüber wirklich sehr zeitnah wirklich, es ging um Tage, unsere Homeoffice-Plattform wirklich auf mehrere Zehntausend hochfahren konnten. Und das war ganz wichtig auch für unsere Kolleginnen und Kollegen, aber auch für die Stabilität der Aufgabenerledigung für uns. Ich glaube, es ist deswegen gelungen, weil wir auch im Rahmen unserer IT-Strategie schon vor einigen Jahren uns entschieden haben, dass wir unsere Backend-Systeme so skalierungsfähig erweiterbar anlegen, dass wir im Falle einer Situation bis jetzt erlebt haben, dass auf einmal ausgewählte Systeme mehr oder weniger über Nacht hochfahren müssen, dass wir das auch skalieren können. Und wir haben in der Tat in dieser Krise, wenn wir überlegen, normalerweise arbeiten 600 Kollegen auf unserer Kurzarbeitergeld-Plattform, haben wir über Nacht die Server so bereitgestellt, dass wir dann 5.6. an der Endausbaustufe 13.000 Kolleginnen und Kollegen auf diesen Anwendungen arbeiten konnten. Und das ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, eine Investition der letzten Jahre, die sich jetzt sozusagen bewiesen hat in der Krise. Und so haben wir eigentlich seit einigen Jahren gearbeitet, dass unsere Backend-Systeme so skalierungsfähig ausgelegt sind, dass man in solchen Zeiten auch eben reagieren kann. Wenn wir das jetzt gestartet hätten, wären wir deutlich zu spät gewesen. Insofern profitieren wir heute oder haben wir profitiert von einer Investition der letzten Jahre, die sich als richtig erlässt hat. Ich glaube, es sind einige Themen, die eine Geschwindigkeit Fahrt aufgenommen haben, von denen man vorher das wahrscheinlich nicht so gedacht hätte. Ich glaube, wir haben unglaublich viel Bewegung bei der Frage bekommen, arbeitet man vor Ort in den Dienststellen oder auch im Homeoffice? Wir glauben oder ich gehe fest davon aus, dass dieses Thema sich auch nachhaltig langfristig verändern wird, dass wir sehen werden, dass in zunehmendem Maße auch im öffentlichen Sektor das Thema Homeoffice-Remote-Arbeit zunehmen wird. Ich denke zweitens, was auch wichtig ist, dass wir sehen, dass die Frage, wie wir beraten, wie wir Kommunikation und Zusammenarbeit auch mit den Kundinnen und Kunden gestalten, sich deutlich verändern wird. Wenn ich etwa schaue, wie unsere Skype-Plattform sich in den letzten Wochen und Monaten entwickelt hat, wie wir jetzt auch stärker rein investieren werden in Videokommunikation mit Kundinnen und Kunden, ist das, glaube ich, ein zweites Themenfeld, was sich deutlich auch mit einer viel höheren als seinerzeit vielleicht gedachten Geschwindigkeit verändern wird. Und ein dritter Punkt ist, glaube ich, die Frage, wie wir arbeiten, wie wir sozusagen auch zwischen Business- und IT-Seite an digitalen Themen arbeiten, wie wir etwa bei Barcamps auch neue Methoden der Zusammenarbeit haben, um Dinge schnell zu erkennen, schnell auch auf den Weg zu bekommen und in dem Sinne auch digitale Angebote stärker nach vorne zu bringen. Da sehen wir auch hier auf diesem dritten Themenfeld, da wird sich nachhaltig etwas verändern, hat sich schon verändert. Und wir sehen auch, dass die Kunden sehr bereit sind, auch solche neue Angebote in Anspruch zu nehmen.